herzlich willkommen zurück zu satisfactory die eisenplattenproduktion ist gerade voll im gange und wir sorgen dafür dass wir das hub auf stufe 4 upgraden können was fehlt uns noch für upgrade also eisenplatten haben wir haben die kabels beton fehlt uns genau das ist neu das können wir wieder mit dem scanner mal suchen hier und zwar nach kalkstein zu machen dann müssen wir uns noch mit dem strom auseinandersetzen würde ich habe da jetzt schon holz wein getan in die biomasse links uns aber ich weiß noch nicht wie ich da zum laufen krieg ich habe gelernt die kann man auch kaputt machen wo sind jetzt die viecher und wir lassen uns einfach mal ordentlich durchlaufen ich weiß nicht 100 kalt stein oder mehr oder 200 machen was wir hier raus kriegen soja daraus macht man wohl beton so so Ja, aber die gefällt an euch bisher so die Reihe, würde mich mal interessieren. Bin sehr entspannt bisher noch, mal gucken, wird sich bestimmt noch ändern. Ich bin gespannt, wann wir die ersten Fliesen in der Produktion kümmern. Strommasten könnten erwähnt werden, um mehrere Gebäude an dasselbe Stromnetz anzusprechen. Und so zum Gebäude wir Constructor forsten eben nur, wenn sie beide Sturmleitungen mit einer Stromquelle verbunden sind. Das können wir erst machen, anscheinend wenn wir Upgrade 4 haben, wa? Wir schauen mal, so, reicht es nicht? Oh, falscher Knopf, Entschuldigung. So, gehen wir nochmal zurück zu die Up. Ich schau mal, was wir in Beton herstellen, was auf eine Welt mal geht. So, ab in die Welt rein. Beton, 52 können wir herstellen. Ich habe jetzt auch gelernt, die Leertaste einmal drücken an und dann macht er das alles automatisch hier. Ich habe es manchmal die ganze Zeit, die Linke im Auslassen halt. Geht auch, ne? So ist es manchmal noch bequemer. Ah, entspannend. So schön. Also, wir haben die Eisenklecken, die Kabel und vielleicht den Beton. Ob wir nun machen, dann reden wir mehr. So. Gut. Dann müssen wir doch jetzt alles haben, oder? Mein steilen auswählen. So. Die Eisenklecken, da. Äh? 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 Warte mal. Ich habe die neue Gebäude verbessert. Club Upgrade 4, Landing Platform & Utilities, completed. Conveyor Belts connect the output of one building to the Input of another and transport resources. Due to past incidents, I have been asked to issue a clarification. Portable miners, obviously, do not have a connection for Conveyor Belts. There is nothing to suggest, visually or functionally, that they can be connected to portable miners. If this is something you struggle with, do not worry. Fixit has alternative uses for all their pioneers. Next objective, Complete Hub Upgrade 5. Hmm. Strommast, aber da fehlen jetzt, da fehlt. Tratt und Eisenstanden. Wir haben das so. Aha, an and another cloud. And another cloud. Eisen. Nur Eisenstanden, ganz schön. Ich bin nur ein Mittel fürs Rezeptor. Okay, anscheinend brauchen wir mehr Eisen. Oder haben wir hier nicht nur Eisenstanden? Oh, hier, Leute. Hier, die Menge. Was war das noch? oh man wir hatten 150 kabel wir hatten ja schon zu viel eisenplatten was gibt wir hier noch mal reingucken wenn man kupfererz das war dann das jetzt noch was fehlt denn da draht dann nehmen wir noch mal das körper daraus und das jetzt oder habe ich das schon posten jetzt ja kopfler jetzt habe ich noch mal mit daraus oder wie war das noch erst mal kupfer darunter siebzeh stücke kommen wir mal let's go jetzt kann man gut draht herstellen alles klar dann machen wir mit stopp stellen wir das mit draht her so jetzt aber kein strom hast weil wir die ganze zeit hier was von mir wie gesagt holz habe ich das schneiden ich weiß nicht wo soll ich den hinschirm an das ist in zwei stromleitung das man mit kabel es muss eine verbindung hergestellt werden okay sagt was so so ja 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 jetzt läuft auch weiß reinkommen aber 20 20 ok so weit das sind drei ein fördermand das ist vier fördermast geht um das mausdach kann man drehen das ist gut das ist ja was mobiles hier die haben ja 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 Was brauchen wir denn erstmal hier für? Aber der Pferd ist da, ne? Mann. Ah, Scheiße. Nicht ganz. Schade. Ich sehe nur Eisensteine. Okay. Ah, hier vorne haben wir Eisenmeer. Das ist ja ganz in der Nähe. Wunderbar. Ah, finde ich ja schön, dass du oben mal jetzt angezeigt bist, ne? Jetzt wird so ein Wunder machen wir voll, ne? Ob die Quelle, äh, wichtig ist. Wunderbar vorstelle, die Defensiven machen. Oh, gleich haben wir die 100. Jawoll, Dankeschön. So. Dann müssen wir erstmal Eisenbahn rufen, ne? Das muss auch sein, machen wir die 100 mal durch. So. 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 Potential edible collected. Reminder that look and smell alone do not provide sufficient data to determine exact risk of consumption. Just because it looks like you can eat it, does not mean it won't eat you. Store this potential resource for later use. Ich habe die Säge-Anser-Slaut. Oh, ich habe die Säge-Anser-Slaut. Ein Leiner MK1. Und schon mal her wie es von Essen. Ein Wettermuffdienst. Ein Wettermuffdienst. Ein Wettermuffdienst. Ein Wettermuffdienst. Ein Wettermuffdienst. wo kann ich den herstellen die idee das ist das schreckpitz ich kann mitbekommen und Und... Freude! Ja, wo haben wir denn jetzt den Miner da? Rezepte brauchen wir erstmal den mobilen Miner. Ist der da? Warte! Wo ist hier denn Ausrüstungswerkstatt? Ah. Okay, okay. Ausrüstungswerkstatt da. So. Wo kann ich die denn platzieren? Oh nein. Ob wir die leider hoch? Ah, okay. Können wir das hier oben hinstellen oder was? Oder haben wir das so? Oh nein. Warte, bitte. Ausrüstungswerkstatt. Hm. Bei so einem platten Eisenstang haben wir ja alles dafür. Wie kann ich das denn bauen? Hm. Nicht. Wie kommt das? Oder? Ähm. Wo? Wie kommt das denn aus? 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 Ah, cool, aber das bauen wir mal ein Ass. So, brauchst du Strom? Bestimmt, ne? Kann ich dich da unten platzieren, ne? Ich packe dich mal hier in den Zwischenströmenmasken. Geil! So, nun. Cool. Wie viele Miner? Haben wir alles dafür da? Ja, oh, die anderen haben wir. Können wir acht Stück herstellen? Uh, ich würde... Ah, das ist das. Okay, was ist das? Vielleicht Eisenbrenz. Geil, jetzt geht's aufwärts. Ich würde sagen, wir fertigen mal zwei Stücke. Ne? Ne? Und der? Ne, du kackst jetzt drauf, ne? Mann! Okay, beider! Ich hab hier grad voll was entdeckt. Das geht, Mann. Du versperrst jetzt einen Weg hier. Ah, dankeschön. So, du brauchst so locker Strom, ne? Du schmelzt irgendwie mal. Hätten wir auch schon angemacht, ne? Geil, 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 geil. Okay. Oh, cool. Oh, cool. Ne, ich weiß nicht, was ist das hier sein? So, da hin? Dann. Oh. Und da? Und da? Nach... Da, genau. Das braucht ja mit Sicherheit Sturm, ne? Der hier braucht ja auch Strom, ne? Der hier braucht ja auch Strom, ne? Ähm... So, und was sagt jetzt ein Pulsong? Ach, du Scheiße. Ah, ne. Pulsong 5,1. Kapazität 20. Ah, sieht gut aus. Cool. Okay, also... Jetzt muss das hier wohl noch verbunden mit dem Förderband, ich würde sagen. Wir können hier jetzt noch konfigurieren. Und dann... Guck mal da, wo wir so viel eingefäßt haben, wenn wir rausgehen. Und... Alles. Sehr stark. Aber wie kann man jetzt... Jetzt müssen wir eine Laufbahn machen, oder was? Und das muss unterm Laufbahn wirklich? Zurück? Nein. 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 Das hier hat wohl zu nur das... Das wird so ein Marsch abgenommen. Wann? Ja. Das ist aber ein Liebes. Ich bin hier. Jetzt. Wir probieren es mal aus, Freunde. Für mich alles 995-505. Kann ich nicht mehr nehmen? Oder was? Oder habe ich gemeint? Ja. Wir probieren es mal aus, Freunde. Kann ich nicht mehr nehmen? Oder habe ich gemeint? Oder was? Ja. 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 Ich hab nicht mal ein bisschen geschulter. Es ist gefällig. Ich hab nicht mal ein bisschen geschulter. Es gibt ja nicht. Ich hab nicht mal ein bisschen geschulter. Oh, ey. Zeitdorf. schön du kommst dann in den spät suchen kann ich das zu lang und dann dort du musst dabei das eingang wieder dafür was machen wir mit dem schmelzofen wenn man einen eisenbahnen ich soll und tätig ach jetzt kommt das erst Jetzt arbeitet der herrlich. So kann ich die jetzt rausnehmen? Egal. So kann ich mit dem ausnehmen. Ach so, einfach so. Nice! Got you! Litt! Das war der Bess. Und der Klappnoten. Naja. Okay, okay. Eisenstangen. Der Klappnoten. 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 Oha, die sollten noch verschwimmen. Der Klappnoten. Ab. Ab. Oha. Okay. Der Klappnoten. 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 Samples of unknown alien species acquired. It is unclear where on the flora or fauna spectrum it lies, but initial data suggests this might be a nest or an egg. Preserve the remains for later study. Are you heating off? Um... ... Und noch ein Beckenbauton. Oh, lebe es. Oh, lebe es. So, was freud ich jetzt? Äh, Beton? I had Beton. Das war eigentlich ein Zweifelschmutz für Kupfer extra. Wieso kann ich die nicht platzieren, man? Wenn der große Brocken da noch drauf ist? Warte, was kann man denn? So, wo ist der Ein- und Ausgang? So, wunderbar. Oh man, Strom. Oh man, das ist ja immer der Letzte. So, zack. Ich meine, wir haben eine Stromleitung. Ne, wir müssen, äh, ein Stromleitungsmotor. Und dann, eine Stromleitung kann man... Ne, ich schiebe. ...und dann, ich schiebe. Man. Er... Das ist mir jetzt nachher schon wieder. Richtig. 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 So auch hier. Okay. Das läuft ja schon. Holy shit. Kann man hier noch einen Laufband drinnen machen, ne? Also steht er still? Äh. So? Was ist denn mit Stimmen? Mit Strom? Was? Okay. Äh. Das ist so kein Strom. Ach du los. ich habe den und nicht verbunden aber was ich sagen würde ausgabe ist was man noch machen kann dass das in dem lager platziert wird wenn die kiste oder so was zu lagercontainer ein förderband ich würde sagen wir noch was ordentlich zu tun hier aber es möchte ich glaube also wenn ich das aufgefallen hat zu folgen würde ich mich natürlich über ein abo und dann sehen uns in der nächsten folge wieder ist damals gut freunde